Acht verbleiben, zum zweiten Mal, Digabas! Die Boxer-Osterpakete Das Oster-Wandel Die Candy-Mix-Box Jetzt auf www.scheißboxer.shop Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine fette Folge. What's up? Was geht ab meine Freunde, es tut mir leid, ich kann nämlich gerade nicht so rumschreien, denn wir haben aktuell 3.33 Uhr und ich wohne im Hotel, wie ihr wisst, Leute. Deswegen muss ich mich heute ein bisschen zusammenreißen, es sei denn, meine Freunde, ja. Heute werden wir was richtig krass versuchen, denn wir werden heute versuchen, 10 verbleibende Gegenstände zu ziehen. Let's go, Leute. Wenn wir das schaffen, dann Endrage, Leute. Ich will endlich das schaffen, man. Es wird jetzt Part 8, glaube ich, Leute. Und schaut mal, welche Merch ich gerade anhaben. Unser Oster-Wandel, Leute. Und den Candy-Mix, ja, habe ich hier übrigens auch. Ich esse jetzt ein paar Süßigkeiten, wenn wir hier bei Aufnahmen sind. Leute, denn ihr seht, ich bin bereits auf dem Account. Hier haben wir ein paar Waller. Und wir werden heute ein paar Angebote kaufen, denn es muss heute richtig rasiert werden, Leute. Ich hoffe, es schallert heute richtig. Und ja, ich würde sagen, wir geben jetzt natürlich an Creator Good Pookie. Ihr wisst Bescheid, Leute. Supportet ihn auf jeden Fall richtig. Deswegen beginnen wir jetzt hier mit dem Angebot hier für einfach mal knackige 8,99 Euro. Let's go. So, let's go, Leute. Wir sind startklar. Perfekt. 55 Jams. Das lohnt sich. Und wir beginnen mit der ersten Mega-Box. 6 verbleibende. Okay. Und es ist Gadget für Genius. Perfekt. Wir wollen heute unsere 10 verbleibende ziehen. Das muss doch jetzt mal eigentlich klappen, ey. Das kann doch nicht sein, dass wir hier immer so umbruten. 8 verbleibende. Oh mein Gott, Digga. Was? No way. Einfach mal. Spontan 8. Geisteskrank. Okay, direkt am Anfang. 8 verbleibende. Okay, mal gucken, was wir daraus jetzt rausziehen. Ich bin gespannt. Und schade nicht, dass die 4 blinkt. Das wäre krass. Aber die 3 blinkt. No way. Und jetzt 3 legendäre. Das wäre unfassbar. Und wir zielen Star-Power für Barley und Star-Power für Penny und Gadget für Genius. Ich muss sagen, das wäre jetzt echt, oh Mann, Digga. Ich habe wenigstens einen Brawler. Das wäre 9 gewesen. 6 verbleibende. Und der Brawler kommt jetzt. Frank. Was geht, Leute? Wir können nur noch mythische, epische und legendäre ziehen. Geisteskrank. War gar nicht mal so schlecht auf dem Account hier. Deswegen würde ich sagen, ihr macht mal nicht mehr weiter, oder? Ihr schaut gut auf den Legendären. Gehen wir direkt schon auf den nächsten. Ja, Leute. Hier lohnt nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Account. Let's go. So, Leute. Neuer Account. Natürlich gehen wir hier auch wieder. Credit Good Booker. Was haben wir bis jetzt geschafft? 8 verbleibende. Und 6. Mal gar nicht so schlecht. Da ist die Messlatte ganz schön hoch gesetzt. So, wir machen jetzt mal Power-Pause hier und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. CC-Booker ist drin. Abfahrt. Start, klar. Let's go. 1. Megabox. 6 verbleibende direkt. Und Star Power. Leute, wir wollen jetzt den Linken der Revoler ziehen. 5. Und 10 verbleibende. Come on. Leute, ich habe echt keine Lust mehr. Ich will mal endlich diesen Pfad beenden hier. 5. Das war ja gar nichts. So, let's go. Das Angebot geben wir uns hier noch. 6. Okay. Und. Blue. Was geht? Echt? Mann, Leute. Letzte Megabox jetzt hier auf diesem Account. Und. Könnt ihr? 6 verbleibende. Let's go. Was zählt jetzt? Schreibt es in die Kommentare. Drückt auf Pause und schreibt es rein. Und es ist. Der Opa. Schönen Grüßchen raus an das Game. So, Kinder. Das neue Account. Titsipuki ist drin. Wir beginnen und abfahrt. So, 5 Megabox. Freunde, gönnt euch gerne unseren Candy Mix. Meine Freunde, den habe ich hier gerade am Start. Ich habe den schon ein bisschen gegessen. Aber hier habt ihr das Glas nochmal einmal in komplett voll. Da sind auf jeden Fall sehr, sehr nice Sachen dabei. Ein Poster, handsignierte Autogrammkarte, Leute. Und die anderen Sachen seht ihr jetzt gerade hier alle nochmal eingeblendet. Leute, das gibt es dabei. Es gibt nicht mehr viele Sachen, Leute. Auf www.scheißboxer.shop. Leute, bekommt ihr die ganzen Sachen. Sagt auf jeden Fall schnell. Und wenn ihr sagt, ey Marvin, Süßigkeiten. Möchtet ihr nicht, dann könnt ihr euch gerne auch unser Oster-Bundle holen, Leute. Sehr, sehr nice Sachen. Da gibt es auch handsignierte Autogrammkarte, Leute. Und ein Poster, 100 Sticker. Und die anderen Sachen seht ihr jetzt hier alle nochmal eingeblendet, Leute. Sehr, sehr nice. Also seid auf jeden Fall schnell. Und geht auf www.scheißboxer.shop, Leute. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Sachen im Shop drin. Tassen und noch vieles mehr. Wie gesagt, seid ihr jetzt schnell und schaut gerne mal vorbei. Ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit dem Video. Auf knacks. Let's go. Gunsuperset. Erste Megawox-Firb. Heute wollen wir jetzt mal endlich 10 Verbleibende ziehen. Das kann doch nicht so schwer sein. 6. Und jetzt wenigstens legendärer. Nein. Gadget für die Krähe. Ich weiß gar nicht, welche Baller wir hier schon haben, welche nicht. 8 Verbleibende zum zweiten Mal, Digga. Was? Oh mein Gott, Junge. Ich habe es geskippt. 8 Verbleibende zum zweiten Mal gezogen. Junge, das ist ja Geisteskrank. Und schade, das bringt nicht die 4, aber die 3. Und jetzt gönn. 3, 2, 1 und... Ah, nein. Und jetzt gönn legendärer. Nein, jetzt gönn, 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 gönn. Und... Nein, Digga. Schade. Aber ich denke, wir haben 2 mal 8 in diesem Video schon gezogen. Und 5. Marschalle. So, jetzt brauchen wir noch 50 Gems. Haben wir die vielleicht noch? Oh, Marschallah, nee. Nehmen wir nochmal 3 Megaboxen auf, entspannt dazu. Let's go, Leute. Die letzten 3 Megaboxen auf diesem Account. 5. Und... 5. Bitte jetzt nicht nochmal 5. Ey, komm, das haben wir uns echt aus dem Fenster geschmissen. Doch. Hätte ich es mir bloß doch nicht getan. So. Es geht weiter, Leute. Erste Megabox, 6. 6. Komm, und jetzt gönn legendären. 6. Jetzt aber ein legendärer. Und es ist... Ey, wenn ich noch einmal diesen Opa sehe, ne, dann fresse ich echt den ganzen Candy Mix hier auf einmal auf. Gönn doch mal richtig hier. 5. Das darf doch nicht wahr sein. Komm, und jetzt aber... Nein. Digga, letzte Box. Altengrütze, ey. Könnten wir jetzt... Ach komm, wir kaufen das Angebot hier. Für 5 Euro, 3 Boxen. So, jetzt gönn aber Supercell hier. 3 Boxen haben wir noch auf diesem Account. Und... 5. Nein. Gar nicht gut. Jetzt gönn. Ah, 6. Und... Sprout. Fast geht. Nochmal 6. Und jetzt ein legendärer. Komm. Nein, ich wusste es, Digga. Nur ein Gadget für unseren Boxer. Okay, der Account hat man nicht so ganz gegönnt. So, Leute. Ne Account, neues Glück. Ups, wir haben gerade vergessen. Cece Pookie, Leute. Gebt unbedingt Cece Pookie. Der Gute hat gerade ein Giphy am Laufen. Ja, macht da gerne mit. Seht ihr hier übrigens nochmal eingeblendet. Let's go, macht da mit. Leute, vergesst aber nicht, wir können euch gerne unseren Candy Mix oder haltet unseren Boxer-Merch. Leute, ihr seht mir gerade das Bundle. Könnt euch auch gerne, aber... Wir müssen erst mal das 10, 6 verbleiben. Und jetzt gönnt doch mal 1, 10. Oh mein Gott, Leute. Wenn wir heute noch 10 schaffen, dann müsste es nicht Part 3000 noch geben. Nochmal 6. Und jetzt komm, Gronke, Gön. Ne, also so wird das nichts. Aber wir haben ja immerhin 2x8 schon gezogen. Das hab ich jetzt hier geöffnet, das wollte ich gar nicht. Ne, Leute. Dat wird nicht. Sorry. So, Leute. Hier ist jetzt ein Pompom aus dem Candy Mix. Und dann kriegen wir jetzt was Krasses. Passt mal auf. Äh, Tchitipuki rein. Und dann geht's auch los hier. Abfahrt. So, und jetzt Gön Supercell. 5. Leute, ich schreibe jetzt einmal Hashtag Supercell Gön rein. 6. Jetzt ein Legendärer. Nein, Mann. Star Power für Surge. 5. Und 6. 5. Come on, ey. Wir müssen uns mal einlegen in der Androana heute. Ist doch nicht so viel verlangt. Hier um 10 vor 4. Jetzt aber Gön, Supercell. Nein. No way. Digga, das kann doch nicht sein. Egal. Leute, wir öffnen jetzt hier noch die beiden Angebote. Beziehungsweise das Angebot. So, Jameson drauf. Und Abfahrt. 5. 5. Letzte Megabox. Nein, Digga. Wir haben es wieder nicht geschafft. Ich weiß nicht. Ach, Leute. Wird das Projekt nicht irgendwie auf Eis legen sollen? Keine Ahnung. Schreibt es unten in die Kommentare. Abschließend gibt es noch zu sagen. So schlecht war das Opening jetzt auch nicht. Ich meine, wir haben immerhin 2x8 gezogen. Und, äh, ja. Leute, lasst ein Fan noch nach oben da kostenlos. Abo. Aktiviert die Glocke. Schreibt her, schreibt die Glocke aktiv unten in die Kommentare. Videovorschläge, Leute. Gerne unten in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's. Danke schon. Ciao, Freunde. Sehr nett, danke. Ciao, Kakao. Und jetzt mal eine gute Nacht. Tschüss.